Hallo YouTube-Freunde, was geht ab da draußen? Mein Name ist SinnNLP und ich danke euch herzlich fürs Einschalten an dieser Stelle zu einer weiteren Folge Desperados 3. Das so schnell und schön. Wir sind immer noch in Baton Rouge und haben McCoy gefunden und müssen jetzt zu das Schiff. Das Schiff... Äh, ja. Ne? Also ich hab hier alles aufgeräumt. Äh, wie ihr seht, ist hier nichts mehr los. Oh, ich weiß gar nicht, was ist mit Rosie? Was ist denn los mit Rosie? Rosie rennt hier so umher. Ich hab hier noch zwei Gegner angeblich hier übersehen. Achso, vielleicht Alarmschlagende. Was, der Dock? Das hab ich noch nicht gecheckt, was man da machen kann. Achso, können wir den da reindroppen? Wir können es ja mal probieren. Ich mein, wir haben ja, äh... Oh, oh. Ich dachte, wir haben ja nichts zu verlieren. Haben wir eigentlich auch nicht. Weil ist ja alles aufgeräumt hier hinten. Außer ich hab viel Pech. Ich weiß nicht, können wir den hier hinten reinlegen? Und dann? Fährt er den vor? Ich speichere lieber vorher mal. Weil irgendwas können wir mit dem Dock hier machen. Und wir können ihn auf jeden Fall hier droppen. Weiß nicht, was der Dockhook sonst machen könnte. Der muss doch noch irgendeinen Sinn ergeben. Ich kann doch die ganze Zeit jetzt hier mit Koi rumschleppen. Hä, aber was soll ich jetzt hier mit ihm machen? Hier ist eine Tür. Boah, das ist aber auch von der Kamera her ganz schlecht. Hä? Hä? Okay, also geht nichts hier. Gut. Dann machen wir uns das einfach. Ich lade hier wieder zurück zum Anfang. Und ja, willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Äh, nee. Äh, wir schauen mal. Ähm. Wir müssen ja hier irgendwie vorbei. Also ich muss hier an allen erstmal vorbei. Okay, also... Ich glaube, wir lassen McCoy erstmal hier liegen. Das nützt ja sonst nichts. Den Longcoat können wir, glaube ich, relativ gut snacken. Obwohl hier sind 1000 Tüner. Okay, ich weiß nicht, wer uns da nerven wird. Obwohl, warte mal, einfacher. Nein, doch nicht. Das ist eine Frau. Hector, wir brauchen dich. So, der wird zwischendurch gesehen. Oh, mir brummt der Schädel. Ich seh doch nicht. Milder. Was immer du sagst, schöne Frau. Der wird aber nur kurz gesehen, glaube ich. Gwinde dich. Also... Und? Wie war dein Tag? Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Los, nicht umkippen. Die müssen... Da müssen wir hinten quatschen, auf jeden Fall. Nein. Das war schon mal nicht der Moment, wo sie... Okay, da müssen wir es anders machen. Okay, das hilft auch nicht. Wie kriege ich ihn abgelenkt? Ohne, dass ich mich... Kann ich mich hinter der Kuh verstecken? Vielleicht. Jetzt komm. Okay. Du bist nicht Bianca. Aber was kannst du... Hey, das hab ich gehört. Ich sag ja, er sieht mich nicht hinter der Kuh. Sorry, darling. Warte. Ich bin ganz hoch. Okay, so geht's auch. War zwar nicht geplant. Aber dann haben wir den weg. Darf ich mich ein bisschen anlegen? So, ähm... Den können wir doch eigentlich liegen lassen. Der... Der... Müsste von Kate... Oh, na gut. Hector kriegen wir da noch raus. Dann können wir die beiden hier erstmal erledigen. Kein Problem. So. Oh, oh. Spring doch mal hier runter jetzt. Mensch. So, dazu brauchen wir... Beide. Beide, 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 beide. Du hast eine wundervolle Stimme. So, beide müssen jetzt mal... Action machen. So, äh... Nein! Mann, Alter. Manchmal ist das aber auch strange hier. So. Langsam werde ich, glaube ich, besser mit dem ganzen System hier. So, ich glaube, wir schleppen auch beide irgendwie zumindest weg. Hoffentlich sehen die mich hier nicht, aber ich glaube nicht. So, wunderbar. Jetzt klatschen wir ihn noch um. Obwohl das vielleicht einfacher wäre. Kann ich mich hier nicht hinter der Kuh verstecken? Der wird ja zwischendurch gesehen, na? Dann, Kate, muss sie ihn mal ein bisschen locken. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 nicht! Mann, und ich hab nicht... Ich hab schon wieder vergessen zu speichern, ne? Lust meines Lebens! Und wie weit zurück, Mann. Manchmal bin ich aber auch völlig verloren in dem Spiel. Oh, Leute, sagt mir das doch Bescheid. Kein Problem. Ich schaff das. Ach, Gott, ey. Mann, ey, das ist so dämlich. Warum passiert mir das immer, dass ich nicht speichere? Ich hoffe, der wird jetzt nicht gesehen. Ne. Ach, Mann. Ich speichere jetzt hier. Waren schon schön beide versteckt. Es war jetzt auch nicht so schwer, ich mein. Kriegen wir ja nochmal hin. So. Jetzt speichere ich hier nochmal. Jetzt muss ich leider nochmal warten, weil ich weiß nicht, wie schnell die... Ach so, ich muss auf jeden Fall... Ich muss ihn auf jeden Fall nach hier drehen. Huch. Ah, ist doch knapp. So, also wir haben auf jeden Fall genug Zeit, dass wir die hier umklatschen. So. Zack. Zack. Nochmal. Es tut mir leid. Ungünstig gelaufen, dass ich das irgendwie verpeilt habe. So. So. Hoppala. Legt mal bitte beide hier rein. Und... schön ducken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich... den ganzen Tag mit dir und... Wo ich hier den hinlocken kann. Der wird halt zwischendurch gesehen. Den ganzen Tag hier, Süße. Aber... Wir können ja... Speichern, vorhin. Den können wir. Theoretisch. Mal gucken, ob das klappt. Weil... Theoretisch dürfte uns das gar kein Problem bringen. Mit Kate hier drüber zu laufen, dürfte ja eigentlich nicht so schlimm sein. Klatsch. So. So wird das was. So. Jetzt müssen wir sehen, wie wir den Longcoat wegkriegen, ohne dass die Hühner... Können auch nochmal eine eklige Stelle werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Vielleicht schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr wisst, was man bei den Dock da hinten machen kann. Ich check's jedenfalls nicht. Also... Hier kommt nur McCoy hoch. Ähm... Das wird schwer. Weil die Hühner werden... Vor allen Dingen, der sieht nichts. Die sehen den absolut nicht. Das Problem ist, die Hühner werden beide wecken. Selbst mit dem Schleichen, glaube ich. Also ich kann's gerne mal probieren. Ich muss es ja testen. Ob die auch beim Schleichen reagieren, die Hühnchen. Die nerven schon so ein bisschen. Oh... Oha. Oha. Was passiert denn, wenn ich den hier... Ja gut, das machen wir mal mit. Lieber. Das ist einer weniger, der uns auf den Sack geht hier. So. Der Longcoat, ja. Der sieht die da hinten alle nicht. Also kann Kate aber auch nicht vorbei. Ohne gesehen zu werden von dem Longcoat. Der muss effektiv weg. Ich kann nur eins probieren. Das ist aber... A little bit risky. Das muss... Oh. Oh, kommt der jetzt hier her? Das wäre natürlich auch ganz gut. Nein. Ähm... Was ist, wenn der abgelenkt wird? Ich springe auf ihn rauf, gebe ihm einen Hit mit und dann kommt Hector. Huh. So, hatte ich mir das gedacht. Oh, oh. Ah, nee. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Das kann also nur Hector machen. Stimmt. Fällt mir jetzt auch ein. Mal gucken, ob das klappt. Ich bezweifle es so ein bisschen. Ich bezweifle das so ein wenig. Zu früh. Oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Braa. Ja, 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 ja. Jackpot. Longcoat weg. Das gibt uns, das gibt uns Freiraum. Hier ganz schön ähm, den Poncho-Mann. Den lenken wir nicht ab, sondern hier, lass dich mal ablenken. Wir brauchen... Boah, das war knapp. Oh, Leute, man kann beide... Äh, oh, 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 wie sick. Das wusste ich ja noch gar nicht. What the heck? Das ist ja... Das ist ja mal mehr als praktisch. Was soll ich dazu sagen? Sehr nett. Sehr nett. Von Kate. So, Hector, du kannst hier rüberkommen. Wir brauchen gleich eh beide. Trefft euch mal hier. Sammeln. Und? Wie war dein Tag? Ja, ganz gut war der. Ganz gut. Dann können wir auch gleich so machen. Dann werden die gleich gefesselt. Und dann führen wir das ganze Ding hier aus. Ey, das wusste ich ja wirklich nicht, dass Kate beide gleichzeitig ablenken kann. Das ist ja... mehr als passabel praktisch. Ähm. Kein Problem. Tut mir leid. Nein. So. Wunderbar. Mein Zahn tut übel weh. Ah! Okay. Ey, Leute. Den Ausflug... Müssen wir jetzt schon nochmal machen, ne? Es tut mir leid. Aber den Ausflug... Müssen wir machen. Mein Zahn tut übel weh. Kann ich den zum Dog bringen? Was kriege ich denn dafür dann? Ich kann gar nicht kauen. Kann ich den abschleppen hier? Aber ich kriege den doch gar nicht hoch. Wie kriege ich den denn dann weg? Ja. Und jetzt? Ich kann den K.O. hauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, komm, Hector. Du bist ja schnell und fix unterwegs. Deswegen nehmen wir Hector. Kann einfach... Am schnellsten laufen. Wir bringen dem verrückten Doktor... Dem Zahnarzt hier jetzt mal seine... Seinen Patienten. Weißt du ja nicht, ob das was bringt? Sonst verstehe ich es nicht. Kennen Sie jemanden mit Zahnschmerzen? Ja, hier. Da. Kenn ich. Ah! Und jetzt? Kunde. What the heck? Was macht der da jetzt? Ist ja strange. Jetzt hört doch mal auf. Okay. Also ich kann euch sagen, ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen. Und ich kann mich hier drin verstecken. Aber ich bin da nicht Kunde. Aber was... Geholfen? Glaube ich eher weniger. Bin ich ehrlich? Aber hey. Wer die Errungenschaft haben will, ihr müsst hier den schmerzenden Patienten hinbringen. Der Poncho... Ei, 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 ei. Wird auf jeden Fall... Wird auf jeden Fall schwer. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Weil hier läuft... Oh, zwei Longcodes. Leckumio am Arsch. What the heck? Das wird... Das wird eine... ganz straighte Nummer. Also bis hierhin... Ich glaube, ich komme fast bis in den Busch sogar. Also zumindest... Bis hier an den... Oh, oh. Oder auch nicht? Doch. Bis rein komme ich? Äh? Ah. Er hat ihr Fuß bin unterwegs. Was zur Hölle war in der Flasche? Komme schon. Ganz klar. Nein. Okay, warte mal. Shit, 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 shit. Okay. Das ist doof, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Er hat hier Fußspuren hinterlassen. Das wollte ich gar nicht. Wie weit sieht denn der? Ganz schön weit. Der sieht uns hier auch ganz schön straight. Aber... Ich weiß nicht, ob ich... Doch, der kann ins Wasser anscheinend. Dann machen wir den hier erst mal platt. Ich meine, war zwar nicht geplant, aber... Kann man schon mal machen, ne? Äh... Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt, ohne dass der uns... Auf den Sack geht? Ganz einfach, würde ich sagen. Wir nehmen hier Hector. Hector nehmen wir hier. Nein! Oh, ich laufe direkt an ihm vorbei. Schon wieder sehr sinnlos. So, wir laufen hier an... In die Richtung natürlich vorbei. Und legen genau hier... Die Vorrichtung... Darf ich mich ein bisschen an... So... Äh... Komm mal mit. Musst mal ein bisschen hier lang. Genau so. Wunderbar. Funktioniert auch so gut, muss ich sagen. Ähm... Jetzt muss ich halt mal nur sehen, wird der gesehen? Irgendwann. Hä? Das ist die... Das ist die große Frage. Wenn der von den Longcodes gesehen wird, bin ich halt derbe am Arsch. Ja. Das war klar. Ich weiß nicht, ob ich... Ablenken kann ich ihn? Das muss halt genau getimt sein, ne? Wieder mal. Wenn die vorbei sind... Am besten mit Hector, weil der kann schneller tragen. Müssen wir... Ich hoffe, das klappt. Oh, 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 oh. Das meine ich. Die Longcodes erkennen das sofort. So. Hau ihn um, 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 hau ihn um. Hebe ihn auf, hebe ihn auf, hebe ihn auf, hebe ihn auf. Shit, shit, shit. Oh nein. Sehen die den jetzt? Na klar. Dann gibt's, äh, Alarm. Jetzt finden die den... Ah! Ne. So war das nicht gedacht. Okay, ich weiß nicht, kann ich ihn auch weglocken? Ich muss die hier alle entsorgen, glaub ich. Oh, oh. Es dauert halt alles so lange. Das hält schon. Schnell hier. Und dann runter. Oh, yes. Jetzt will ich mal kurz belauschen, was hier... Hoffentlich werde ich hier nicht gesehen jetzt. Ich glaube aber nicht. Okay, es geht hier nur wieder um diese Sumpfhexen-Geschichte. Wo ist denn die hin? Die ist doch hier langgelaufen. Die ist doch irgendwo hier vorhin langgelatscht. Okay, das sagt mir ja gar nichts mehr. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob wir... Also, wir haben das dicke Problem, die zwei Longcodes sind extrem eklig. Ähm. Die beiden interessieren mich hier gar nicht. Ich muss den hier erstmal noch entsorgen. Erstmal bis hier rüber. Mal sehen, ob ich das schaffe, den... Verfolgen die mich jetzt? Dann bin ich am Arsch, ne? Ne. Was macht denn der da jetzt? Können die jetzt mal wieder ihre normale Runde laufen? Ja, auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt mal da verkrümeln, Jungs. Haut ab! Oh. Okay. Ihr müsst mal ihre... ihre... ihre Route einstudieren. Hä? Jetzt laufen sie wieder richtig, ne? Jetzt laufen sie wieder richtig. Okay, straight ahead einmal drumrum. Jetzt ist meine Chance, ihn hier mitzunehmen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt werden die wieder die Fußspuren hier eventuell, wenn ich Pech habe, sehen. Außer er. Oh, oh, was mache ich da? Ja. Hauptsache, ich lege Bianca hier aus. Ich habe gar nicht S gedrückt. So, eigentlich ist die... der Weg so... frei. Komm doch nicht hier in den Busch jetzt. Komm doch jetzt nicht hier rein, bitte. Lass doch einfach, lass es doch. Komm schon. Geht einfach weiter. Geht einfach weiter. Hier ist nichts zu sehen. Sehr gut. Ähm. Also, wir holen... Okay. Wir holen McCoy hier wieder mal ab. Nee, den schützen wollen wir ja gar nicht. War ich denn McCoy abgelegt? McCoy? Hä? Ach da. Mal wieder. Mal wieder McCoy verloren. So, mal sehen, ob wir... mit dem langsamen, langsamen McCoy... an den beiden vorbeikommen. Ich glaube, das ist fast schlauer, ihn mit Dings zu nehmen, weil der schneller ist. Ich gehe nochmal die Gefahr ein, dass die hier Fußspuren entdecken, was mir aber gerade egal ist. Also, lasst mich jetzt mal sortieren. Die Hälfte von euch sagt, Satan höchstpersönlich hat unsere Bank ausgeraubt. Los, nicht drunken. Oh, so. Hoffentlich sehen die nicht noch mehr. Nö. Weil ich glaube, es ist schlauer, McCoy mit... ihmchen hier zu nehmen, weil er einfach schneller ist. Wir müssen ihn halt erst mal aufs Schiff kriegen. Oh, jetzt wäre eigentlich ziemlich perfekt, muss ich sagen. Vielleicht habe ich Glück. Und kann einfach durch... durchhuschen. Boah, perfekt. Okay. Warum liegt jetzt hier eine Tasche? Ich bin direkt mein Schiff. Tschüss. Jetzt haue ich dem hier eine über die Rübe. Ob das eine gute Idee war? Nein, natürlich nicht. Warum mache ich es denn? Shit, nochmal. Nochmal jetzt. Komm schon. Erstmal hier speichern. Vielleicht kann ich den einen doch noch umknüppeln. Der eine kommt ja aufs Schiff eventuell, ne? Was ist die Tasche da jetzt? Hä, warum liegt da jetzt hier eine Tasche? Naja, mach mal, mach mal. Okay. Ähm. Shit, Alter. Warum liegt da jetzt hier eine Tasche? Darf ich die jetzt noch mitnehmen? Alter. Die lenkt die aber nur kurz ab, wa? Warum liegt seine Tasche da jetzt? Aber egal. Wir kommen alle aufs Boot. Ich ziehe jetzt noch Kate hinterher. Dann haben wir das auch hier. Geschichte Baton Rouge. Auf jeden Fall nicht einfach. Ich meine, nur McCoy kann sie einsammeln. Ist ja auch logisch. Aber ich kann McCoy ja nicht spielen. Tada! Wir sind alle drin. Oh, Leute. Geschafft. Oh mein Gott. Nicht einfach. Bringe das Geld zurück zur Bank. Befreie Doc, bevor du die anderen wächst. Benutze keine Verkleidung. Töte sechs Wachen. Benutze nicht die Hintertür der Bank. Lass eine Wache 50 Meter weit deinen Fußspuren folgen. Schließe die Mission in unter 22 Minuten ab. Schließe auf Hard ab. Alles klar. Nichts geschafft. Check. So, eine Stunde. Dafür muss ich sagen, eine Stunde. Da habe ich mich in Eagle Foch blöde angestellt. Und da hatten wir alle Möglichkeiten zum Killen, ne? Ähm. Ich kann ja mal kurz hier ein bisschen nochmal spulen lassen. 25 mal, 26 mal speichern. Also, da habe ich mich natürlich ultra aufgegangen um die Verkleidung. Wie oft ich da geladen habe. Meine Güte, das war echt heftig. Aber, hier, muss ich sagen, wurde das eigentlich ziemlich gut. Also, ja doch. Eigentlich habe ich ganz gut aufgeräumt. Alles ganz schön clean. Und dafür geht es langsam vom Laden her. Also, ich habe natürlich an einigen Stellen noch, da musste ich nochmal nachladen. Aber, hier, naja, es hält sich noch in Grenzen. Die beiden Longcodes haben wir ja einfach in Ruhe gelassen. Den einen haben wir noch zum Zahnarzt gebraucht. Zack, fertig. Ja, war okay. War okay. Was soll ich sagen? Zeit, vier Sekunden. Warum der seine Tasche da droppen lassen hat, weiß ich auch nicht. Meister Kills, Cooper Hector. Meister Tode, Cooper. Tode? Tode? Okay. Okay. Neu Alarm ausgelöst. 50 Mal geladen. 8, 86 Mal gespeichert. Spielzeit 1 Stunde 37. Ziel ist neu getötet. Schön. Schönes Ding. Äh. Schönes Ding. Also. Baton Rouge. Erledigt. Mississippi ist die nächste Mission. Oh yeah. Also Leute. Heute ein längeres Video. Es tut mir leid. Aber ich würde jetzt Baton Rouge erledigen. Nächstes Mal steigen wir direkt in den Mississippi River ein. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Ähm. So wie ich. Und ich liebe das Spiel auf jeden Fall. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich was anders machen soll. Sonst bin ich raus an dieser Stelle. Tschüssigowski. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.